hallo liebe farmsim community hier ist wieder der sebi ich wollte euch nur kurz bescheid geben dass wir es jetzt geschafft haben die komplette fendt profi plus armlehne an den pc anzubinden und wir können die jetzt auch im landwirtschaftssimulator nutzen frontlader ich versuche mal hier so ein ausklappen funktioniert alles wunderbar dazu später in einem exklusiven video mehr bis dahin macht es gut servus